Gibt es noch ein anderes Beispiel, wo Menschen Vorurteile gegenüber Ihnen hatten? Ja, also eine hatte ich ja eigentlich schon gedacht. Mit meiner Klassenlehrerin war das ja, glaube ich, auch mal gewesen, dass sie halt auch immer gesagt hat, ja, ich kann das nicht können, ich habe das Down-Syndrom und so. Da war das halt auch immer so eine offene, schlimme Erfahrung, hat auch für mich halt auch gewesen, dass sie immer gesagt hat, ja, ich habe das Down-Syndrom und ich kann das nicht können. Und wenn ich halt auch immer die gleiche Matheaufgabe in meinen Klassenkameraden gerechnet habe, was hat sie gemacht, hat sie es mir einfach ausradiert und so. Also das war für mich halt auch ein Vorurteil, dass sie halt immer gesagt hat, ja, ich kann das nicht können, ich habe das Down-Syndrom. Und wenn ich das dann mitmachen wollte, mit den Matheaufgaben, dann hat sie es mir einfach ausradiert.